heute leute ist sonntag und heute werde ich etwas probieren und es wird wahrscheinlich eine komplette katastrophe geben wahrscheinlich werde ich nicht schaffen und alles geht im bach runter ich werde heute mein kraft spielen und ich kann überhaupt kein minecraft und zwar werde ich versuchen zu bieten und dann geht es los ok als allererstes sucht man erstmal ein dorf ohne dorf läuft in diesem run nichts deswegen scouten wir mal unsere umgebung da ist nichts das gebirge ich immer die richtung probieren da ist ein dorf alter direkt nebenan ok und jetzt wird erstmal viel rumprobiert so in einem dorf wo alle richtig viel heu das scheint gut vorbereitet wird sich gleich ändern wir machen jetzt längst dann machen wir dicks dann machen wir eine workbench in der workbench machen wir dann eine holz pickaxe so und mit der bauen wir stein ab machen ein bisschen mehr zum start so wir machen jetzt eine axt ich mache auch mal eine schaufel so ich glaube dann haben wir alles in start jetzt holen wir uns das alles das viel wahrscheinlich werden wir nie wieder so uns brauchen bekommen so und dann bauen wir alle betten ab alle betten mit alter was ist das denn für ein krasses dorf leute guck mal viel heu hier ist das ist das krasseste dorf das ich je gesehen habe in allen speedruns die ich bei anderen geguckt habe so hier ist der golem die müssen jetzt bekämpfen ok ok all right hier nochmal wie viel ist es ich bin überfordert mit dem dorf schon wir nehmen erstmal alles mit wahrscheinlich ist das viel zu viel was hier leute das ist das heftigste dorf dass ich jemals irgendwo gesehen habe das geht auch weiter in die richtung sorry ich muss dein bett mitnehmen ich weiß übrigens noch nicht wofür man die betten braucht alter noch mehr zeug das ist der beste spawn ever ich habe ein dorf und direkten lavasee daneben willst du mich verarschen und das in der ersten runde wo ich nichts auf die reihe bekomme ich habe viel zu viel von allem ich habe viel zu viel brot das schon viel zu viel ich habe über zwei stecks also wir haben schon mal ein lavasee ist perfekt ich brauche einen eimer eimer ist pflicht und einer brauchen einmal braucht nur ein dann nehme ich so no way v aus eisen ok dann brauchen wir ein feuerzeug ein feuerzeug gut also was brauchen wir ein flint und ein eisen ok wie mache ich flint mit gravel ne shit wo findet man jetzt gravel an wasser ist immer gravel ah das ist gravel oder so das ist glaube ich gravel no das ist sand yes wie unterscheidet sich gravel von sand shit wo finden wir jetzt gravel gravel ist grau ist das da irgendwo ist das da gravel it's a total fabrication bin vorbei ähm das da ah sorry ich bin ich kann kein minecraft leute sorry ich brauche einen flint wie lange kann es dauern bis man einen flint findet ok da oder das ist ein flint ok so jetzt müssen wir ein feuerzeug machen flint und eisen ist das ein feuerzeug so alright ich habe es vergessen ja 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 das ist es aha das ist falsch gelaufen warum entweder oder ne sind es noch ne war hier noch die die und die 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 Wir machen nochmal, ja? So, und jetzt mache ich das, glaube ich, daran, ne? Jetzt nochmal. Yes. Yes. Und jetzt quasi hier, diesen, so, da unten. Okay. Okay. All right. So. Jetzt müssen wir die Festung finden. Netherfestung. Wir reden von einer... Scheiße hier. Okay, gucken wir mal in die Richtung. Wie geht es hier drüben aus? Okay. Nein! Einfach in so ein Lava-Loch rein, ey. Leck mich doch am Arsch. Oh shit. So. Show Ich... Jahr.